Eine Generation im Rausch. Jugendliche nehmen immer früher exzessiv Alkohol und Drogen zu sich. Die Hälfte der Haschisch-Konsumenten beginnt vor dem 16. Lebensjahr. Angefangen hat es vor knapp sechs Jahren. Erst bei Nuflankwitz, da habe ich meinen ersten Kopf geraucht. Das hat schon immer weiter gesteigert, bis ich dann so in der Woche vier, fünf Wodka-Polgen gesoffen habe. Dann habe ich irgendwann angefangen Speed zu ziehen. Dann habe ich Tickets eingebaut, LSD gefressen, ganz viel. Man zieht den ganzen Tag aus. Ich habe im Endeffekt in Abständen von fünf Minuten immer in die Nase gezogen. Speed, LSD, Crack, Spice. Allein oder auf Privatpartys werden illegale Substanzen aller Art konsumiert. Die Drogenszene ist heute allgegenwärtig. Das heißt, für einen jungen Menschen ist es überhaupt kein Problem, sich mit Drogen zu versorgen. Wenn man einmal so in die Spirale reingekommen ist, dann wohnt man immer tiefer. Ich war dann im freien Fall. Also bin einfach nur abgestürzt. Viele verharmlosen Cannabis als vermeintliche Naturdroge mit fatalen Folgen. Einige Suchtkliniken haben sich bereits auf Minderjährige spezialisiert. Tiefer sind nicht leichter zu behandeln als Heroensüchtige. Teilweise selbst schwieriger. Wenn ihr Kind süchtig wird, beginnt für Eltern ein schmerzhafter Prozess. Voller Zweifel und Vorwürfe. Ich glaube schon, dass die Drogen und der Alkohol dazu geführt hat, dass er heute abgebrühter ist. Das letzte Mal, als er jetzt weg war, hatte er noch die Schlüssel von der Wohnung und hat meinen ganzen Schmuck geplaut. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich meinen eigenen Sohn bis heute nie wirklich kennengelernt habe. Er fand es halt toll, drauf zu sein, wie er immer gesagt hat. Sie kam nicht zu mir und hat mir gesagt, ich nehme Drogen. Ich habe ihr gesagt, du nimmst Drogen. Eine stationäre Therapie dauert bis zu einem Jahr. Es ist ein ständiger Kampf gegen den Rückfall. Ich weiß nicht, ob ich das so lange durchhalte, wie das hier ist. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Meine Ängste sind, dass ich es irgendwo nicht schaffe. Ein Donnerstagmorgen in Berlin. Der 20-jährige André ist seit sechs Jahren Cannabis-süchtig. Heute soll ein neues Leben beginnen. Zusammen mit seinem Drogenberater Christian Gürden vom Kinder- und Jugendhilfeverein Caruna will André seine alte Wohnung entrümpeln. Zwei Jahre hat er hier gehaust, gefeiert, gekifft. Vor einem halben Jahr gestand er sich erstmals sein Drogenproblem ein und suchte Hilfe bei Caruna. Was hast du hier drin gemacht? Ja, das war eigentlich mehr oder weniger so eine Abstellkammer, wo ich die Sachen alle hingepackt habe, damit sie mich strömlich nerven. Aber irgendwann hatte ich auch keine Lust, immer wieder hier rüber zu rennen. Da ist es aber, den hast du nicht vor einem Jahr hier gelassen, egal, wer da drin gewohnt hat. Nee, nee, ist weg. War eine Ratte. Die Kleider sind alle wahrscheinlich verwandt. Hier noch lauter Schlafsäcker von Kumpels, die hier übernachtet haben nach den Partys. Und wir waren hier immer so 10 bis 15 Mann auf jeden Fall mit Kasten Bier oder zwei Kasten Bier, Bacardi, Cola, Wodka, halt alles, was dazugehört. Denn laut Musik gehabt, die Nachbarn kamen schon runter. Vier bis fünf Nachbarn auf einmal standen vor der Tür, haben geklingelt. In der Küche haben sie mir den Wasserhahn abgebrochen, auf eben so Tassen haben sie hier zerschlagen, ging in die Wände geboxt und alles. Blut war an der Wand und an der Tür. Ja, also einfach nur Randale hier gemacht eigentlich. Das war fast weniger Party als Randale, aber ja, hat irgendwie Spaß gemacht schon. Die Kombination irgendwie zusammen, der Alkohol und das Kiffen zusammen, so der Teuren davon, einfach war cool. Denn die Leute, die hier waren zu dem Zeitpunkt, waren es halt so meine Arzen. Und ja, das hat mir einfach Spaß gemacht. Wie sieht das mit der Waschmaschine aus? Die Waschmaschine? Äh, ja, weiß ich auch nicht, wo ich die hinpacken kann. Es ist sehr oft so, dass wenn junge Leute, die so eine massive Drogenproblematik haben, in ihre eigene Wohnung ziehen, dass dann ganz schnell so Verwahrlosungstendenzen entstehen, weil die es meistens nicht auf die Reihe kriegen, Ordnung zu schaffen. Das Leben des Rauscht an denen meistens so vorbei. Es fokussiert sich nur auf Partyleben, auf die Droge und auf die Leute, die drumherum sind. Der Berg wird halt immer größer, ob das Schulden sind, ob das der Müllberg ist oder die Probleme, die sich außenrum türmen. Erdrückt und dann kommt es auch oft zu einer Flucht, dass man dann sagt, ich muss irgendwo neu und hinterlasse eigentlich nur verbrannte Erde. Mir ist wichtig, dass die Wohnung leer gemacht wird, dass der Vermieter den Schlüssel bekommt und dass ich von dieser Wohnung nie wieder was hören muss. Weil, ja, hier ist das kein Leben. Ich habe Leute, die mich hier hassen in der Gegend. Und nee, brauche ich nicht unbedingt. Post, da müssen wir uns wahrscheinlich auch noch drum kümmern, bevor die... Ja, da hast du gar nichts gemacht. Nur aufgemacht, kurz gekocht und die war nicht. Da habe ich nicht so die Ahnung von. Da sollten wir uns auf jeden Fall nochmal zusammensetzen und einen Termin bei einer Schuldenberatung machen. Mit 14 rauchte André seinen ersten Joint. Heute ist er süchtig. Haschisch ist die am häufigsten gebrauchte illegale Droge. Das ist eine selbstgebaute Haschfeife. Das hier ist eine gekaufte Haschfeife. Meistens aus Glas, ein bisschen schöner eben auch anzusehen. Und hier haben die sich selber einen Trichter gebaut, wo hier oben das Hasch reingekommen ist. Meistens in der Mische mit Tabak. Die normalen Mischungen liegen so bei 60, 40, 40 Haschig, 60 Tabak. Es gibt Leute, ich weiß nicht, ob André auch zu denen gehörten, die irgendwann so krass drauf sind, die das halt eben heiß inhalieren. Das heißt, sie gehen dann wirklich so da dran, was aber noch viel, viel schädlicher für die Lunge ist, weil es eben da auch dann wirklich zu Harzablagerungen kommt. Der Kick ist eigentlich nicht viel, viel größer, sondern eher so dieses, also jetzt tue ich mir nochmal was an. Christian Gürden empfiehlt André eine Langzeittherapie außerhalb Berlins. So soll er aus dem Teufelskreis herausfinden. Seit, ich sag mal, vier Wochen hat er einen Hoch. Ich denke mir, es liegt ganz viel damit zusammen, dass er aus seiner bisherigen Situation ausgebrochen ist. Und seitdem André bei seinem Vater jetzt auch wieder lebt und auch konkret wird, dass es auf Therapie geht, dass er die Entscheidung gefasst hat, dass es auf Therapie geht. Und dass es jetzt auch sogar genehmigt worden ist von der Krankenkasse, gibt ihm so einen Aufschub, dass man sagen kann, da investiert er gerade auch sehr, sehr viel Energie. Die, die er am Anfang nicht war. Heppenheim an der Bergstraße in Südhessen. In der 25.000 Einwohner Stadt lebt der 18-jährige Benni. Unterschiedlichste Drogen gehören seit Jahren zu seinem Alltag. Den ersten Joint rauchte er mit elf. Anders als Nikotin oder Heroin macht Cannabis nicht in erster Linie körperlich, sondern psychisch abhängig. Benni konsumiert mittlerweile fast täglich. Seine Kindheit verlief zunächst ganz normal, doch irgendwann geriet sein Leben aus den Fugen. Angefangen hat es mit dem Alkohol rauchen und dann hat es angefangen zu kiffen. Dann hat es irgendwann angefangen Speed zu ziehen. Irgendwann kam Koks und LSD in mich. Dann nur noch Koks, Heroin ausprobiert. Dann habe ich Crack, habe es ausprobiert. Es gibt auch poochende Drogen und es gibt Drogen, die das runterholen, dass du dann da hockst und erst mal den Kopf runtergehst, die Augen zufallen und man nicht reden möchte und auch alles andere irgendwie doof ist. Oder es gibt Drogen, da macht es plupp, es fängt das Herz an zu rasen. Man fühlt, als hätte man gerade eine ganze Welle voll Glück in seinem ganzen Körper. Und auf einmal fängt es an und die Gebäude verziehen sich. Und man läuft durch eine Straße und links und rechts sind überall Wellen an den Wänden und man spürt seine Beine nicht mehr. Und man läuft nicht mehr, sondern man merkt irgendwie, man hat diese Bewegung nicht mehr drin, sondern man schwebt quasi durch die Straßen. Benny erhält finanzielle Unterstützung vom Jugendamt. Er befürchtet, dass die Hilfe aufgrund seiner Volljährigkeit bald ausläuft. Im Jobcenter hat er heute einen Termin bei einem Fallmanager. Das jahrelange Kiffen führt bei Benny zur Antriebslosigkeit. Behördengänge fallen im Schmier. Kommt Sie rein. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Nehmen Sie bitte Platz. Das Problem ist, ich habe meine Ausbildung am 1.9. anfangen sollen, war aber drei Wochen krank. Und mein Chef hat gesagt, ich soll erst eine Therapie machen, um die psychosomatische Erkrankung, die ich habe, dadurch, dass ich viele Sachen in meiner Vergangenheit nicht verarbeiten konnte, dass mein Körper sich wieder erholt. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Problem, weil ich weiß nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll und wovon ich leben soll, in der Zeit, wo ich keine Arbeit habe. Mein letztes Einkommen waren 300 Euro und das war, als Hilfsarbeiter habe ich es in der selben Firma geschafft vorher, weil ich erst Praktikanten ein halbes Jahr gemacht habe. Aber das ist jetzt auch schon einen Moment zurück. Das ist Ende, also 1.9. war das mit dem Hilfsarbeiter zu Ende und dann hat die Ausbildung angefangen. Zwei Monate habe ich als Hilfsarbeiter gearbeitet. Sie müssen zunächst erstmal einen Antrag auf Leistungen bei uns stellen. Ich händige Ihnen jetzt diese Unterlagen aus und gebe Ihnen eine Checkliste dazu mit den angeforderten Papieren, die Sie uns dazu noch vorlegen müssen. Ganz ein Haufen Papier für einen jungen Mann, aber machen Sie sich in Ruhe dran und fühlen Sie es gut aus. Ich denke, das sind etwa 50 Prozent der jungen Leute, die hierher kommen und um Rat fragen oder auch um Geld fragen, bei denen Alkohol oder Drogen einfach eine Rolle spielen im Alltag. Wenn jemand mit 12 angefangen hat, ohne geregelten Alltag zu leben und auch mit Alkohol und Drogen zu experimentieren, dann ist er mit 18 schon richtig gut dabei und dann dauert es vielleicht zehn Jahre, bis der sich davon halt losen kann. In der Jugendpsychiatrie der Rheinischen Kliniken in Viersen werden Suchtkranke unter 18 auf zwei Stationen betreut. Der 17-jährige Marvin kam vor acht Wochen. Jeden Morgen muss er sich pünktlich bei den Betreuern melden. Guten Morgen, Zucker. Guten Morgen, Marvin. Knapp, ne? Ja. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen Cannabis zu konsumieren und mit 15 habe ich Exocie und Amphetamine mal ausprobiert. Ich stand morgens auf, dann habe ich halt direkt einen Joint geraucht oder einen Kopf, während ich noch im Bett lag. Wenn ich kein Gras hatte, dann habe ich überlegt, wie ich das heute schaffen kann, noch anzukriegen oder so. Meistens habe ich auch Fahrräder geklaut, konnte man immer gut umsetzen am Bahnhof. Später habe ich dann einiges geklaut und Laptops und so. Dann haben wir gekifft, ein, zwei Nasen gezogen. Ja, Schulz. Zu Marvins Alltag in der Suchtklinik gehören Urinkontrollen. Sie finden unangekündigt bis zu zweimal wöchentlich statt. Ein Betreuer kontrolliert. Amphetamine, Kokain, Cannabis, Ecstasy, Heroin, solche Dinge kann man gut nachweisen im Urin. Was man nicht gut nachweisen kann, ist Spice. Viele Drogen können einfach auch nur durch zwei-, dreimalige Abnahme nachkontrolliert werden oder der Nachweis ist dadurch gegeben. Ein Rückfall droht immer. Auch Marvin vermisst seine Drogen. Und wenn ich das halt sehe oder rieche, dann kommen so die alten Gedanken bei mir hoch, wie das ist und wie geil die Wirkung und so davon ist. Und ja, dann kriege ich halt Sucht davon. Tabata ist eines der wenigen Mädchen in Viersen. 70 Prozent der Patienten sind männlich. Die 16-Jährige ist seit vier Monaten hier. In acht Wochen soll sie entlassen werden. Angefangen habe ich mit den Drogen so mit 11, 12 mit Cannabis. Anschließend habe ich dann Amphetamine konsumiert und dann Ecstasy. Anfangs eigentlich nur so, um Probleme zu vergessen. So wenn es mir sehr, sehr schlecht ging, so dass ich dann zum Beispiel mein Joint geraucht habe oder Nase gezogen habe. Und im Laufe der Jahre hat sich das so entwickelt, dass ich eigentlich den ganzen Tag über konnte in Mittag, egal ob es mir gut oder schlecht ging. Weil ich einfach als Rüchte danach war. Das Hauptproblem ist bei mir eigentlich Speed. Ich habe ziemlich viel Speed gezogen pro Tag und habe auch nicht mehr aufgehört. Also ich habe im Endeffekt den Abständen von fünf Minuten in meine Nase gezogen. Dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, wo ich wirklich auch stark körperliche Schäden von Drogen hatte. Auf die ich dann so gesehen, ja, keine Rücksicht genommen habe. Auf mich selber nicht mehr, auf meinen Körper nicht mehr. Ich war total am Ende. Habe dann aber gesagt, ist egal, ich nehme weiter Drogen, ich brauche das Zeug einfach. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie verfügt über eine eigene Schule. Viele der Süchtigen nahmen zuvor nicht mehr am Unterricht teil. Kann einer von euch einen dieser Satzbausteine bitte direkt nennen und dann auch übersetzen? Tavata, would you please translate the last sentences? Ja. Dankeschön für die vielen Briefe, welche ich bekommen habe. Yeah, which has just arrived, der gerade angekommen ist. Or which I received two weeks ago. Was heißt received? Auch bekommen, erreichen. Ja, welche ich die letzten zwei Wochen bekommen habe. Ich konnte gar nichts mehr leisten. So, entweder sah ich im Unterricht und war so abgespaced, dass ich gar nicht mehr richtig denken konnte. Oder ich war einfach nur so müde und geschafft, dass ich eingeschlafen bin im Unterricht. Oder, ja, man hat einfach Dinge nicht mehr so wahrgenommen, wie sie waren. In der Regel hat der Drogenmissbrauch dazu geführt, dass das Leistungsverhalten und das Sozialverhalten nicht mehr dem entspricht, was man in der Regelschule erwartet. Und dann müssen wir ein Stück entgegenkommen und die Schüler müssen wieder aufbauen, denn sie wollen ja nachher auch wieder an ihre Regelschule zurück. Auch Marvin schwänzte die Schule immer wieder. Der 17-Jährige ist ohne Abschluss. Heute Nachmittag gehören zwei Stunden freie Zeit zu seinem Tagesprogramm. Bei harten Drogen kann man ja Konzentrationsstörungen kriegen und, ja, Denkfähigkeit wird verringert und dass man halt Sachen schneller vergisst und sowas. Ja, und das ist bei mir eigentlich auch merkbar. Ich kann Sachen manchmal, die habe ich vor zehn Minuten gehört, die habe ich dann wieder vergessen. Ich bin jetzt in der 11. Klasse und ich kann manchmal keine Sachen wie ein 7. Klasse noch kennen können. Ich hätte vieles anders machen können. Ich hätte auf Realschule gehen können, mein Abschluss hätte ich 10G gemacht. Ja, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon ein oder zwei Jahre in der Ausbildung. Marvin möchte später Maler und Lackierer werden. Zunächst muss er seinen Schulabschluss nachholen. Unterstützung erhält er von seiner Familie. Wenn meine Familie jetzt den kompletten Kontakt mit mir abbrechen würde, dann würde ich auch die Therapie, glaube ich, abbrechen. Und ich glaube, dass mich das so krass runterziehen würde, dass ich dann gar nicht mehr den Mut oder Stärkung in mir habe, dass ich das dann überhaupt schaffen würde. Nach dem Schwimmen muss sich der 17-Jährige bei seinen Betreuern auf der Station zurückmelden. Jeder Ausgang birgt Versuchungen. Alkohol und Drogen sind außerhalb des Klinikgeländes leicht zu beschaffen. Hallo Marvin. Hast du irgendwas mit reingebracht, was nicht rein sollte? Nur Stärkung und Badesachen. Gerade jetzt vom Schwimmen her. Noch irgendwo einen Zwischenstopp gemacht? Ja. Hast du einfach mal Nähe mit dabei, Marvin? Einfach mal Nähe. Ich werde sie jetzt auch mal eben mitgeben. Okay. Fühl irgendwas in den Hosentaschen, in den Jackentaschen noch. In Ordnung. Dennis, kannst du mal eben fühlen, ob er irgendwas in den Taschen hat. Ja. Darf ich mal? Nichtscha. Jetzt werde ich mal die Hosen auf links drehen. Wir kontrollieren bei den Jugendlichen, ob irgendwas mit eingeschmuggelt wird. Es ist schon häufig vorgekommen, dass Jugendliche von draußen irgendwas eingesteckt haben. Sei es Alkohol oder sei es Drogen. Kleine Päckchen. Das ist uns schon häufiger passiert. In einem Portemonnaie könnte man Packets verstecken, wo sich Cannabis drin verstecken ließe. Oder eben auch jetzt die neue Droge-Spice. Und dadurch kontrollieren wir natürlich auch die kleinsten Fächer, wo sowas sein könnte. Heppenheim bei Darmstadt. Benni vertreibt sich die Zeit mit seinem Hobby, dem Zeichnen. Wie viele junge Kiffer ist doch der 18-Jährige oft motivationslos. Die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker musste er aufgeben. Er sehnt sich danach, seine Probleme endlich aufzuarbeiten. Sie begannen im Alter von elf Jahren. Angefangen hat, dass mein Dad irgendwie ausgezogen ist. Meine Mutter hat den rausgeschmissen oder irgendwie sowas. Dann ist in der Schule erst abgekackt, ganz arg. Und dann bin ich auf den Internat gekommen und hab zwischendurch ein Jahr beim Vater gewohnt. Der hat dann von einem Tag auf den anderen gesagt, ja, tu mir leid, du kannst ja nicht mehr wohnen, du musst wieder zu deiner Mutter. Das ging drei Wochen gut mit ihrem neuen Freund. Und dann hieß es, ich soll hinten heimziehen. Und ich hatte von vornherein gesagt, wenn ich hinten heimgehen muss, gehe ich lieber auf die Straße. Benni reist von zu Hause aus, schließt sich der Punker-Szene an und hängt auf der Straße ab. Rostock, Berlin, Frankfurt. Unter Punks ist es einfach üblich, dass man sich den ganzen Tag betrinkt. Und dann hat es angefangen, dass ich angefangen habe zu kämpfen. Von da an ist es dann halt richtig rumgegangen, als ich dann in Frankfurt war. Naja, da gab es dann halt keine Grenzen mehr, weil es einfach auch niemanden gab, der irgendwie gesagt hat, was, du bist jetzt 14, sowas kriegst du nicht von mir. In Frankfurt schlägt sich der Minderjährige mit Schnorren durch. Das Geld gibt er für Alkohol und Drogen aus. Alle Versuche, den Jungen von der Straße zu holen, scheitern. Das war früher der Platz, wo ich geschlafen habe, wo ich übernachtet habe. Und hier sind, also nachts war das früher immer so, in der Zeit, wo ich hier geschlafen habe, dass hier die ganzen Junkies immer gesessen haben. Also man musste mal gucken, dass man irgendwie vor sieben Uhr hierher kam, dass man irgendwie den ganzen Junkies nicht über den Weg gelaufen ist. Weil hier immer echt alles voll war, vor allem auch im Gebüsch und so. Und auch überall die Spritzen rumliegen und so, muss man ja echt vorsichtig sein. Da hinten ist das Windgeschütz, trocken und deswegen konnte man da gut übernachten. Hier ist es. Hier haben wir früher gelegen und geschlafen. Matten ausgebreitet, Schlafsäcke und... War, glaube ich, so die extremste Zeit mit ihrer Lederjacke und der Gesinnung dazu unterwegs. Da hatte ich so viel Hass in mir drin, dass es... Naja, ich glaube, da hätte es auch irgendwie nirgends anders, hätte es auch nichts unterkommen können, weil es einfach nicht fähig gewesen wäre, in einer anderen Umgebung oder in einer anderen Gesellschaft irgendwie zu leben. Weil es viel zu viel Hass in mir hat und viel zu... Viel zu viel... Viel zu viele Sachen und viel zu viele Einflüsse und es einfach dazu gebracht haben, negativ zu denken über die ganze Welt. Die Drogen bestimmen Bennys Leben. Wie viele Süchtige gerät auch er immer stärker in finanzielle Not. Bei einer Fahrkartenkontrolle fällt der Junge auf. Ich bin schwarz gefahren, die haben mich erwischt, haben mich zur Polizei gebracht. Die hat direkt eine Anzeige geschrieben, wegen Erschleichen von Leistung. Und weil ich die 40 Euro nicht bezahlen konnte, habe ich direkt einen Haftbefehl bekommen. Und als ich den nicht bezahlen konnte oder nicht ausgleichen konnte, haben sie gesagt, ah ja, tut mir leid, sie müssen jetzt erstmal in U-Haft. Und als auch kein Heim gesagt hat, das nimmt mich, weil ich überall auf der schwarzen Liste stand, weil ich überall schon abgehauen bin, hat auch der Richter gesagt, es tut mir leid, ich kann das leider nirgends anders unterbringen, muss in U-Haft. Da bin ich drei Wochen und sechs Tage in U-Haft gewesen. Bis zu seinem 16. Lebensjahr lebte André bei seiner Mutter in Berlin-Lankwitz. Die Entscheidung für eine Therapie hat das Verhältnis zu ihr und zur Schwester wieder verbessert. Noch wartet André auf einen Termin für die Suchtklinik. Ich habe das noch nicht richtig mitgekriegt. Wie läuft das da jetzt genau ab? Ja, also ich komme zum Bodensee halt. Und so wie es aussieht, darf ich kein Handy haben. Gut. Private Briefe werden mitgelesen, private Telefonate mitgehört. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Also es kann auch sein, dass ich das jetzt verwechsel, dass das erst in der Entgiftung nur so ist oder in der Therapie so. Achso. Weil das sind ja wieder zwei verschiedene Sachen auf irgendeine Art. Ja, naja, also aufgeregt bin ich natürlich auch, dass du dann so lange weg bist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das für dich das Beste ist. Hier mit den ganzen Kumpels schaffst du das nicht. Aber egal wer, wir stehen alle hinter dir. Das muss dir wichtig sein. Das ist auf jeden Fall schön zu hören, immer gut zu wissen, dass man jemanden hinterher kann. Ja, naja, weil nie, schon alleine, wie du an die Sache rangehst, das kann eigentlich nur gut gehen. Weil du auch von dir ausgekommen bist. Und ich denke mal, wenn du das nicht wirklich wollen würdest, hättest du das keinem erzählt. Außerdem, ja. Weil du hast das überall rum erzählt, also musst du das durchziehen. Ja. Sonst bist du wieder irgendwo ein Loser. Mhm. Und der willst du ja nicht mehr sein. Ja, schön ist es nicht zu sehen, wenn man sieht, wie der Bruder immer weiter runterrutscht. Und man hat ja auch irgendwann nicht mehr wirklich die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Weil er das, ja, am Anfang des Einsehens ist ja immer so eine Sache. Er ist eine Nervensäge, aber er ist lieb. Also er ist eigentlich ein guter Mensch. André ist zwei Jahre älter als seine Schwester Pia. Die Eltern trennen sich, als er zehn war. Mit 14 beginnen die Probleme. Erst Alkohol, dann Haschisch. Ich wusste genau, wann André gekifft hatte, aber ich hatte keine Chance. In der Schule kam er nicht wirklich klar. Da gab es immer nur Stress. Ja, mit dem Klassenlehrer, da sind wir nur gerannt. Die Behen, die konnten sich absolut nicht leiden. Ja, und da hat er schon die falschen Freunde gehabt. Ich weiß nicht, warum der so früher mit angefangen hat. Wir haben immer versucht, ihn irgendwo unterzubringen, dass das normal läuft. Aber er fand es halt toll, drauf zu sein, wie er immer gesagt hat, mit seinen Kumpels abzuhängen. Seine Welt war halt die richtige. Die siebte Klasse wiederholt André zweimal. In der achten bricht er die Schule ab. Den Stress, was man zu Hause hatte, ich habe das halt alles in mich hineingefressen und musste das irgendwie verarbeiten. Ja, und das unterdrücken. Und da es halt am nächsten Tag wieder da waren, die Probleme, habe ich wieder eingekifft, damit die wieder weg sind. Ja, und das wurde dann halt irgendwann so ein Kreislauf, wo ich jetzt momentan leider nicht mehr rauskomme von alleine. Benni besucht seine Familie inzwischen wieder regelmäßig. Die Punkers-Szene ist Vergangenheit. Seine Drogensucht nicht. Komm da. Hi. Dass er von zu Hause weglief, jahrelang auf der Straße lebte, beschäftigt seine vier Geschwister noch immer. Ich höre nicht, das stimmt. Das war ganz anders. Wenn Benni da ist, ist Benni da. Also am Anfang ist es sehr schön und ich freue mich. Oder jeder freut sich. Und dann wird es aber relativ schnell sehr anstrengend, weil er einfach sehr viel erzählt und sehr präsent ist. Und er freut sich ja auch und er kommt regelmäßig. Ich denke schon, dass es immer noch wichtig für ihn ist, einfach da zu sein, seine Geschwister. Er redet sehr viel. Man kriegt ihn eigentlich nur zum Schweigen, wenn man ihm auch wirklich sagt, Benni, sag mal bitte leise, du redest zu viel im Moment. Also so ist das zumindest bei mir. Aber ansonsten ist das eigentlich, ich finde das jetzt nicht als Problem oder so. Es ist eher wie ein guter Freund. Bennis Mutter arbeitet als selbstständige Hebamme, ist alleinerziehend. Die Eltern trennten sich, als Benni in die Pubertät kam. Es gab Zeiten, wo ich wenig Zeit hatte, wo es einfach funktionieren musste und sie haben auch funktioniert. Aber Benni war nie einer von allen. Er war immer ein bisschen anders. Er ist nie so fadengerade in der Spur gelaufen. Dann fing es an, dass die Schule anrief. Er hätte mit Rauschgift gedealt. Und dann kam er immer mal nach Hause und hat sich hier kaputt gelacht. Und dann ging er plötzlich aufs Klon, hat sich hier übergeben. Also wo ich auch schon dachte, hier stimmt was nicht. Und dann hat er sich nicht an Absprachen gehalten. Kam nicht heim, pünktlich kam gar nicht heim. Kam betrunken heim oder bekifft. Also jedenfalls taumeln, torkelnd. Und es war klar, so geht es nicht. Benni fühlt sich besonders seiner älteren Schwester verbunden. Luisa litt sehr darunter, dass ihr Bruder von zu Hause weglief. Lange versuchte sie, die Fassade einer heilen Familie aufrecht zu erhalten. Ich weiß, dass es ihm schlecht ging. Er sah auch sehr schlecht aus. Ein gefallenes Gesicht, Ringe um die Augen. Er kam einmal heim, also wurde nach Hause gebracht, auch viel später, als es vereinbart war. Und kurz nachdem er in die Tür reinkam, ist ein dickes Auto halt weggefahren. Also so ein zähltes irgendwas. Und dann, am nächsten Morgen, habe ich halt auf seinem Arm, hat er so Sachen reingeritzt gehabt, wie, äh, die fickt mich und ich bin käuflich. Und ähm, ich weiß nicht, was er alles gemacht hat. Er hat es mir auch nie gesagt. Aber ich denke mal, dass er dann, falls er wirklich, ich weiß es nicht, falls er wirklich was gemacht hat, weil er zu der Zeit auch viel am Bahnhof rumhängt, dass er halt das Geld einfach für sowas dann genommen hat. Für Alkohol oder für irgendwas. Meine Schwester, die hat nie gesagt, das war scheiße, was ich gemacht habe. Die hat mir einfach nur vor Augen geführt, was ich gemacht habe. Die hat nie ein Urteil abgegeben. Und so, und der war's, die hat auch nie was dazu gesagt. Die hat einfach, wenn sie was gesagt hat, dann mir nur gesagt, das hast du gemacht. Denk mal drüber nach. Nein, das. Aber ich habe nicht gesagt, ob es gut war oder ob es schlecht war. Das Weglaufen hat einfach wirklich das Ganze verstärkt. Wenn der zu Hause geblieben wäre, wäre es sicherlich auch nicht einfach geworden. Und er wäre sicherlich auch auf die Suche gegangen und wäre sicherlich auch mit Drogen. mehr oder weniger, viel oder wenig in Berührung gewesen. Aber so das strukturierte Leben wäre weitergegangen und es ist weggebrochen. Und dadurch glaube ich schon, dass es auch haltlos geworden, haltlos oder haltloser geworden ist. Bennys Mutter hofft seit langem, dass sich ihr Sohn zu einer Drogentherapie durchringt. Ich glaube schon, dass die Drogen und der Alkohol dazu geführt hat, dass er heute abgebrühter ist. Also sicherlich auch das Leben, aber das Leben beinhaltete ja täglichen Alkohol- und Drogenkonsum. Ich finde ihn skrupellos an ein paar Ecken und bin auch erschrocken. Ja, also auch mit, wenn er so wütend wird, wenn er was will und er kriegt es nicht. Ja, wie schnell er da hochgeht und mit welcher Kaltblütigkeit er mich beschimpft. Und da bin ich schon sehr erschrocken. Er kennt seinen eigenen Wert überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ansatzweise. Er versucht einfach, sich kaputt zu... Also, nee, so kannst du es irgendwann sagen. Ich weiß nicht, warum, aber er versucht, sich alle Steine in den Weg zu legen und tut es auch erfolgreich. Und kann überhaupt nicht, kann nichts annehmen von irgendjemandem, nicht mal von seiner Familie. Er kann keine Freundschaften aufbauen. Er kann keine normale Beziehung zu irgendwen eigentlich eingehen, wirklich. Und ich habe das Gefühl, vielleicht auch nicht mal zu sich selbst, weil er ist einfach so verloren irgendwie. Die Stimmung auf der Virsener Suchtstation Kinder 1 ist angespannt. Marvin ist rückfällig geworden. Bei einem Ausgang hat er die neue Kräuterdroge Spice geraucht. Da der 17-Jährige noch am Therapiebeginn steht, erhält er noch eine Chance. Mit seiner Therapeutin muss er über den Vorfall sprechen. Morgen, Frau Kreuzner. Morgen, Frau Kreuzner. Na, wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Ja. Und wie geht's dir? Ja, geht, ne? Geht, ne? Ja. Jetzt hast du ja nochmal einen Rückfall gebaut. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das, weil alle oder viele Spice geraucht haben, du davon wusstest, wolltest du auch probieren. Ich wollte das auch rauchen, um bereit zu sein. Ich habe gedacht, hoffentlich kommt das nicht raus. Ja. Und ich kriege halt immer rote Augen und so. Wir nehmen diese Rückfälle ja gerne, um dann damit zu arbeiten, um zu gucken, wie kann ich es das nächste Mal verhindern? Wie kann ich mich stärken, nein zu sagen? Was brauche ich noch? Was fehlt mir oder was habe ich nicht getan bei diesem Rückfall? Und was muss ich das nächste Mal tun, damit es nicht dazu kommt? Ja, habe ich gestern für meine Mutter gemacht. Schau mal auf die Augen. Du bist die beste Mutter. Danke, dass du immer noch an mich glaubst. Ich liebe dich. Du bist die beste. Danke für alles. Meine Mutter wollte eigentlich immer nur das Beste von mir. Und ich habe immer nur Scheiße gemacht. Also, wie beklaut es nur, das war voll dumm von mir. Na, denkt man halt nicht dran, wenn man im Drogenrausch ist. Mutter und Vater sind eine ganz wichtige Bezugsperson. Und sie möchten das Vertrauen wieder gewinnen. Sie wissen, dass sie sehr viel zerstört haben, dass sie die Eltern beklaut haben in der Regel, um die Drogen zu finanzieren. Und jetzt, wo sie einen klaren Kopf haben, wissen sie, dass sie damit vieles zerstört haben, dass sie vieles verloren haben. Und ihnen ist halt ganz wichtig jetzt, das Vertrauen wieder aufzubauen und wieder ein gutes Verhältnis zu haben. Und zu wissen, da steht jemand wieder hinter mir. Sechs Monate dauert eine erfolgreiche Therapie in Viersen. Oberstes Ziel ist ein drogenfreies Leben. Die Station Kinder 1 verfügt über 16 Plätze. Bei der Aufnahme müssen die Patienten mindestens 14 Jahre alt sein. Tabata ist 16. Ihre Therapie ist bald beendet. In sechs Wochen darf die Schülerin nach Hause. Doch sie macht sich große Sorgen. Du hast also am Wochenende mal vor, die Disco zu besuchen? Ja. Kannst du alleine hingehen mit Freundinnen? Ja, ich gehe mit meinem besten Freund dahin. Also das ist, weil er ist halt nicht Konsument und einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und mit dem möchte ich halt dahin gehen so. Und ja, also mir graut es ja ziemlich wahr. Also nur irgendwann muss ich mal dahin gehen, weil ich möchte halt nicht mein Leben mehr nicht in eine Disco gehen. Und ich war noch nicht in eine Disco drogenfrei. Also ich habe noch nie eine Disco besucht, wenn ich clean war. Und klar kann ich mir das irgendwo vorstellen, aber es ist schwer. Weil ich versuche immer so die Starke zu sein. Immer so, ich schaffe das, ich kann das und ich ziehe das jetzt durch. Und es könnte dann schlimm enden halt. Der Bater muss man immer trotzdem noch ein bisschen bremsen. Was man nicht unterschätzen darf, ist die Verknüpfung dann mit gewissen Situationen und auch gerade mit Musik. Dass dann einfach ganz viele alte Bilder hochkommen und die Schwelle noch viel geringer wird. Ja, dann wieder was zu konsumieren. Oder die Anstrengung, dem zu widerstehen, noch viel größer wird. Meine Ängste sind, dass ich es irgendwo nicht schaffe. Dass ich es vielleicht schaffe, zwei, drei Monate, glaube ich, clean zu bleiben. Dass dann irgendetwas kommt. Zum Beispiel, ich habe Stress mit meiner Mutter jetzt, kann ja alles mal sein. Oder Stress in der Schule, ich packe die Schule nicht oder irgendwas. Und dass ich dann halt wieder rückfallig werde. Und dass nur das bei mir, dass es kein Rückfall bleibt, sondern wieder zum Konsum wird. Dass ich dann nicht sage, ja so, ich habe Rückfall gebaut. Sondern dass ich dann sage, ja egal, alles jetzt, ich nehme weiter Drogen und so. Und da habe ich ziemlich Angst vor. In Berlin wartet André noch immer auf einen Therapietermin. In der Werkstatt seines Vaters versucht er sich von seinem Suchtdruck abzulenken. Hi. Hi, großer. Na? Ja. Gut. Und selber? Ja. Muss. Fit? Standardisch. Alles klar. Gut. Den müssen wir drehen. Da muss der Getriebe raus. Ich wollte den jetzt hier rumziehen. Hier vorstellen, dann brauchst du nicht so viel rennen wegen dem Werkzeug. Ja, wenn wir den fertig haben, Zahnriemen wechseln. Für dich haben wir Arbeit ohne Ende. Hier. Gut. Dann fangen wir an. Der jahrelange Cannabis-Konsum führte bei André auch zur Lethargie. Ein typisches Symptom. Man merkt manchmal, er hat keine Lust oder sitzt dann in einer Ecke, würde eigentlich lieber nach Hause fahren. Aber da kennt er uns. Also wir würden jetzt hier nicht die Arbeiten abbrechen, nur um ihn nach Hause zu bringen. Das geht gar nicht. Wenn wir dran sind, sind wir dran. Und dann muss er auch durchziehen. Und das geht manchmal bis 6.00 Uhr, 7.00 Uhr, abends 8.00 Uhr. Ja, und dann muss er mit dabei sein. André entschied sich für eine einjährige Behandlung am Bodensee. Doch ihn quält die Aussicht, Berlin zu verlassen. Ich habe mit den Gedanken gespielt, das Ganze abzublasen, weil es einfach jetzt immer näher kommt. Und ja, dieser Druck einfach. So, war mir ein bisschen zu viel manchmal. Und so schnell komme ich nicht wieder. Das ist halt ein Urlaub, der ein Jahr lang geht. Und der mir auch hilft. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber im Hintergedanken ist halt, ich schaffe es nicht irgendwie. Meine größte Angst ist, dass ich dieses Jahr umsonst mache, dass es alles nichts bringt. Der 20-Jährige erlebte Sucht auch in der eigenen Familie. Drei Brüder seines Vaters starben an einer Überdosis Heroin. Bei meinen Brüdern, da war eigentlich Hopfen und Malz verloren, aufgrund dieser Heroinsucht und alles. Da weiß man eigentlich, worauf es hinausgeht und dass es um ein Vielfaches schwerer ist, da wieder rauszukommen. Und beim André, ich will nicht sagen, dass es da harmloser ist, aber da hat man immer noch unheimlich viel Hoffnung. Der Junge redet mittlerweile offen über seine Sucht. Dem Vater fällt es schwer zu begreifen, weshalb sein Sohn von Cannabis abhängig wurde. Ich habe ja in den jungen Jahren auch gekifft und auch mal was getrunken. Aber ich persönlich bin nie an irgendeiner Droge hängen geblieben, obwohl ich eigentlich so ziemlich mit allem aus der Heroin in Berührung gekommen bin. Waren alles mal so Phasen. Ja gut, hast du ausprobiert. Ich fand da nichts Besonderes dran. Und das war wieder vorbei. Und da dachte ich immer, dass mein Bengel genauso schlau ist und sieht, okay, kiffen kann ja mal ganz lustig sein, auf einer Party oder mal an einem Wochenende, so zum Relaxen. Aber wenn das Leben ansteht, wenn das Montagfrüh um sechs ist, klingelt der Wecker und dann ist das in Ordnung. Den Punkt vermisse ich bei ihm so ein bisschen. Mein Vater hat wahrscheinlich nie wirklich viel mit so Leuten zu tun gehabt, die irgendwie kiffen oder hat sich nicht richtig verleiten lassen davon. Ja, und bei mir war das halt anders. Ich habe gleich die falschen Leute kennengelernt und die waren alle Kiffer. Und ja, irgendwann hat mir ein Zehner einfach nicht mehr gereicht. Aber dann bin ich nicht mehr so, ja, dann hatte ich nicht mehr diesen Törn, den ich haben will. Und dann habe ich mir gedacht, egal, dann rauche ich halt ein Zwanzer. Und dann hatte ich wieder den Törn und irgendwann hat das auch nicht mehr gereicht. Und dann habe ich mir wieder ein Zehner mehr geholt. Und so hat sich das dann halt, naja, kam eins zum anderen, habe ich immer mehr gekifft. Andres Eltern sind geschieden. Die Mutter fühlte sich zunehmend überfordert mit dem Kind. Als André 16 wurde, nahm der Vater ihn zu sich. Dieses behütete Zuhause hat er nicht gehabt. Von seiner Mutter wurde er rausgeworfen, weil die auch irgendwann einen Kanal voll hatte. Und dachte ich, gut, er kommt jetzt zu mir, wir müssen uns da irgendwie zusammenwürfeln. Ich habe die ganzen Jahre keine Zeit für ihn gehabt. Mal gucken, was wir da jetzt noch rausholen können. Und hatte natürlich da auch so meinen Traum, jetzt mit ein bisschen Strenge, in Anführungsstrichen, ja, gucken, dass wir da jetzt einen Kerl draus machen. Und es ging 14 Tage, drei Wochen gut. Und dann ist André seinen Weg gegangen und hat seine Nummer durchgezogen. Und ich hatte da praktisch gar keine Chance mehr. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich meinen eigenen Sohn bis heute nie wirklich kennengelernt habe. Der ist irgendwie nicht greifbar. Ich weiß, dass er diesen Wunsch hat, morgen, morgen fange ich ein neues Leben an. Das hat man ihm immer wieder angemerkt. Und er hat diesen Absprung nicht geschafft. Und ich hoffe halt, dass er das jetzt durch diese Therapie endlich schafft. Prost, Cousin. Prost. Auch Benni hat sich jetzt für eine Therapie entschieden. Da er seit seinem 11. Lebensjahr Drogen konsumiert, zeichnen sich erste körperliche Schäden ab. Die Krankenkasse verlangt zur Kostenübernahme eine Beurteilung seines Arztes. Damit kann sich Benni um einen Therapieplatz bewerben. Dass man deine Beziehung herstellen kann, dass man daraus klären kann. Erzähl mal ein bisschen was zu deinen Krankheiten, die du jetzt gehabt hast. Innere Krankheiten. Mein Darm, mein Magen ist ziemlich kaputt. Aktuell? Ja. Ja, erzähl mal, wie kam das so? Wie hat das angefangen? Ja, also vom Alkohol her ist es halt so, dass ich zu viel gesoffen habe. Und deswegen mein Magen einfach aufgibt. Ein größerer Schluck Bier eigentlich gekotzt, wenn ich Bier trinke. Ja. Zum Beispiel. Also das reicht schon. Das heißt, der verträgt fast gar nichts mehr. Verträgt gar nichts mehr? Ist das wie eine Magenentzündung oder Gastritis oder so? Nee, das ist wie Sordbrennen. Das kommt einfach wieder hoch. Wie Sordbrennen, ja, okay. Plopp. Also abbrechen. Ja. Soll ich so was essen, was ziemlich fettig ist, das kommt direkt wieder hoch. Also saure Dinge, fettige Dinge. Ja, wenn es zu arg ist. Wie ist es mit Durchfall? Beständig. Ja, es hat mit Wagenkremzen angefangen, dass ich immer, dass ich eine Handkrempfe hatte und das immer alles verkrankt war. Jetzt mal zur Frage, was nimmst du zurzeit noch für die Suchtmittel? THC, Kiffen. Ja, THC zurzeit, ja. Ja, und das war jetzt, die letzten Monate war es ziemlich viel und dann habe ich seit drei, vier Wochen und dann habe ich nur noch abends geraucht. Was ist das, ein Gramm ausgedrückt? Eins ungefähr. Ein Gramm am Abend? Ja, das nur für zwei Tage. Das heißt, ein Gramm am Tag und früher, wenn du mehr getrunken, äh Quatsch, mehr geraucht hast, wie war das denn? Fünf Gramm am Tag. Fünf Gramm am Tag, ja? Ja, so ohne im Schnitt. Mhm. Zur Zeit, als du noch getrunken hattest, wie hat sich dein Verhalten verändert? Ich bin aggressiv geworden. Aggressiv, ja. Um Müll zu erzählen. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass du für dich entscheidest, wo will ich hin? Also was ist das Ziel? Was will ich anstreben? Wofür will ich meine Energie, meine Kraft einsetzen? Wenn das, kann ja sein, dass du sagst, ich weiß noch gar nicht, ich will erst mal schauen, wie das ist, was auf mich zukommt, wie ist denn das? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das sein kann, oder wie das ist, dann so total klingen zu leben. Kann natürlich auch sein, dass du sagst, nee, ich will nie mehr dieses Zeug anpacken. Das muss ich ja irgendwann irgendwie klären. Es gab schon immer den Gedanken, eine Therapie zu machen, dass ich mit meinen Problemen klar kann, dass ich das verarbeiten kann, was passiert, was in der Vergangenheit. Zu viel passiert, was einfach. Das ist das, was auf jeden Fall an erster Stelle steht für mich. So, ich höre jetzt mal hinten die Lunge ab, kannst dich ein bisschen nach vorne berühren lassen. Muss nicht halten, muss nicht halten, das geht schon allein. So, mit offenem Mund mal tief ein- und ausatmen. So, bitte umdrehen. So, kurz. Nochmal. Es muss von ärztlicher Seite natürlich auch die Erkrankung beschrieben werden, dass dazu was gesagt wird, wie weit ist wirklich jemand krank, was für Begleiterkrankungen mit dabei. Also bei so einem jungen Menschen vielleicht eher weniger, aber ich sag mal, beim normalen Suchtkranken, der lange Jahre suchtkrank ist, muss ich vorstellen, bis jemand sozusagen mit einer Suchterkrankung bei einem Alkoholismus zum Beispiel überhaupt erst mal zu einer Fachperson kommt, vergeht oft 15 Jahre. Da sind eine Menge Begleiterkrankungen dabei. Also von der Lunge, Herz bis über Bauch, Leber, Magen, Darm, da ist also eine ganze Menge. Und deswegen muss das schon ausführlich mit beutachtet werden, um einfach die Schwere der Erkrankung auch ein bisschen einschätzen zu können. Im Durchschnitt dauert die Bewilligung der Krankenkasse für eine Therapie sechs Wochen. Also für mich ist immer so ein typisches Beispiel. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Ich denke, dass er überhaupt jetzt den Entschluss gefasst hat, ist ein sehr gutes Zeichen, dass er sich durchgerungen hat und sich auch die letzten Wochen, Monate durchgebissen hat. Ich kenne als jemand, der, wenn er sich was im Kopf gesetzt hat, wirklich eine Menge Energie aktivieren kann und die Sachen dann auch zu Ende bringen kann, denke ich schon. André in Berlin hat den Cannabiskonsum zwar reduziert, doch bis zu vier Gramm raucht er noch täglich. Der Wirkstoff THC beeinflusst das zentrale Nervensystem, führt zu Bewusstseinsveränderungen. André fühlt sich ohne seinen Stoff leer und kraftlos. Auf irgendeiner Art mache ich es gerne, so wegen dem Turn, den ich dann habe. Aber auf der anderen Art weiß ich halt, dass mich das in keinster Weise weiterbringt. Das lässt mich sogar noch weiter rückwärts laufen und ich will aber vorwärts laufen. Wenn man eine Tüte raucht, das finde ich persönlich nicht so extrem, als wenn man einen Kopf rauchen würde. Da ich halt die ganze Zeit Bon geraucht habe, habe ich schon mal drei, vier bis fünf oder sechs Köpfe rauchen müssen, bis ich überhaupt angefangen habe, was zu merken davon. Und jetzt durch das Runterdrosseln wieder reicht eine Tüte, eine halbe Tüte und mir geht es gut. Und ich bin wieder auf meinem Turn. Das ist Cannabis und da so gut wie jeder anfangen will, irgendwie zu verkaufen und der eine will einen besseren Kurs geben als der andere, dass er mehr Kunden hat, ja, da machen sie halt was drauf, um das schwerer zu machen, um einen besseren Kurs anbieten zu können. Zum Beispiel, wenn man das alles von hier unten so nach oben drücken würde, dann sieht man, ob hier unten so ein bisschen Sand ist oder nicht. Also man sieht das auf jeden Fall. Wenn es knirscht, ist es Vogelsand. Mehl schmeckt man ja raus, Zucker schmeckt man auch raus. Mit Zucker, Wasser machen sie das auch gerne. Alles halt, was so das Gewicht ein bisschen beeinflusst. Ich habe dem nicht so eine Bedeutung beigebracht, wie Heroin oder Koks oder was es da alles so für ein Zeug gibt. Ich fand das eigentlich nicht so akut, aber dass man da so abhängig von werden kann, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gewusst. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in 14. Tim ist 16 und seit knapp vier Monaten auf der Station K51. Seine Drogenkarriere begann vor drei Jahren. Ich bin zu Alkohol gekommen, da war ich 13. Bis ich dann so in der Woche vier, fünf Wodka-Polgen gesoffen habe. Dann zum Schnüffeln, vom Frühst bis Abend dicht gewesen. Zwischendurch habe ich dann mal fast alles Mögliche ausprobiert. Von Cannabis über Pep bis Teile, Pilze, LSD. Das Einzige, was ich nie ausprobiert habe, war Heroin. Schnüffelstoffe sind Tims Hauptproblem. Wie viele Jugendliche nahm er sie als Ersatz für illegale Drogen. Schnüffelstoffe kann man eigentlich überall kriegen. Von Gas, also Feuerzeuggas über Benzin, Äther, Aceton, Nitro, Lachgas. Das sind alles so Sachen, die man konsumieren kann. Ich habe halt öfter Sessions veranstaltet. Jeder hat sich dann fünf, sechs Flaschen Feuerzeuggas gehoht, zwei Liter. Und da haben wir das halt dann genüsslich konsumiert. Da sind auch schon öfters mal Leute umgekippt, so weil sie sich eine Flasche zu viel reingezogen haben. Und ja, ich habe ja zudem, ich habe ja da fast nie gelüftet. Und wenn man da reingekommen ist, man ist da schon, man hat die Tür aufgemacht und ist schon bereit gewesen. Tim plagen oft Zweifel. Auch die strengen Verhaltensregeln auf der Suchtstation sind für den 16-Jährigen gewöhnungsbedürftig. Hallo Tim, wie bist du? Ja, ich bin gleich fertig. Dann lass mich mal schauen. Ich bringe noch die Sachen rein und... Der Schrank sieht ordentlich aus. Schreibtisch müsstest du aber bitte noch machen. Die Tabakkrümel weg, den Müll ein bisschen entsorgen und deine Sachen sortieren. Ein bisschen zusammenlegen. Kann ich mal in deinen Nachtschauen gucken? Hm, ich... Nicht gerne. Ja, ich komme einen. Ja, der ist aber soweit okay. Der Großteil unserer Jugendlichen hat in den letzten Jahren keine Struktur mehr erlebt, keinen geregelten Tagesablauf. Und das ist eines der Dinge, die die wieder erlernen müssen. Was bedeutet, dass die Jugendlichen eine neue Alltagsstruktur wieder bekommen und wir sie darin unterstützen, indem wir halt auch Tipps eigentlich ergeben. Bei Tim ist es so, dass es schon auch tagesformabhängig ist, würde ich sagen. Also, er hat Tage, da ist er ganz gut dabei und macht das dann auch, hat das auch aufgegriffen. Und so wie heute Morgen war es dann jetzt mal nicht ganz so in Ordnung. Aber das ist sehr unterschiedlich. Und im Grundsatz ist es so, dass man sagen kann, dass der Tim schon bereit ist, die Dinge auch anzunehmen. Auf der Station K1 wartet Marvin auf seine Familie. Nach einer anfänglichen Kontaktsperre dürfen die Jugendlichen nach ersten Therapieerfolgen samstags für zwei Stunden Besuch empfangen. Hey, Jo. Hi. Hey. Na, mein Schatz. Wie geht's dir? Gut, und nicht? Auch. Gut siehst du aus. Ja? Mhm. Du musst Oma. Oma ist auch da. Hey. Hi. Schon nicht zu sehen. Mama, komm mal rein hier. Ja, ich muss auch. Hi. Hallo, mein Kleiner. Geht's dir gut? Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, sicher. Grüß dich. Alles klar? Ja, muss ja, ne? Ja, ne? Toll, und das ist ein bisschen karl hier alles, ne? Aber jetzt bist du nicht mehr alleine, ne? Und kommst du gut mit dem Zeit? Ja, sicher. Ja. Ja. Marvin sagt natürlich immer, es war alles gut. Er fand seine Kindheit toll und er ist alleine der Schuldige. Ich sehe das anders. Ich denke, dass die größte Frage ist, was habe ich bloß verkehrt gemacht? Marvins Eltern lebten nie zusammen. Die Mutter hat das alleinige Sorgerecht. Für seine Drogen brauchte der Junge viel Geld. Er entwickelte sich zu einem kriminellen Teenager. Das ist eben so gewesen, dass er halt mich auch bestohlen hat, ne? Dass er, also das letzte Mal, als er jetzt weg war, hatte er noch den Schlüssel von der Wohnung und hat meinen ganzen Schmuck geklaut. Und es gibt so Dinge, die vielleicht nicht viel wert sind, aber die natürlich für mich einen ideellen Wert haben, ne? Und das ist einfach so, dass man, ja, schon geschockt ist über seinen Sohn oder wenn man die Tür aufmacht und man weiß, man ist da und wird beklaut. Man ist nicht da und wird beklaut. Das tut natürlich weh, aber enttäuscht bin ich eigentlich nicht. Ich habe dir was Schönes mitgebracht. Es ist was zum Lesen und zum Verstehen. Hol ordentlich Schwung auf der Schaukel des Lebens. Genieße das Kribbeln im Bauch und betrachte jedes Tief nur als Etappe auf dem Weg nach oben. Dorthin, wo die schönste Aussicht ist. Für dich, mein Schatz, du sollst wissen, dass auch in den Tiefs ich für dich da bin. Deine Mama schliebe dich. Ich habe auch ein Bild. Ein Bild? Ja. Selbst gemacht. Hast du dich nicht gemalt, ne? Du bist doch mein Bester. Ich bin so froh, dass du mein Sohn bist. Ich auch. Denk daran, Mami, du bist nicht alles schuld. Ja. Okay? Okay. Jeder hat seinen Teil dazu getragen. Und zusammen schaffen wir das. Danke schön. Meine Familie ist mir sehr wichtig. Und wenn ich Unterstützung brauche, würde ich auch von jedem von denen Unterstützung kriegen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und meine Mama stand sowieso immer hinter mir. Und das wird sie auch auf jeden Fall, denke ich mal, weitertun, wenn ich das hier ordentlich mache. Ich habe in diesen Stationen, die ich Marvin begleitet habe, oft erlebt, dass die Psychologen gesagt haben, es ist sehr ungewöhnlich, dass Eltern sich so reinhängen. Meistens heißt es so übertrieben gesagt, bringen Sie mir das Kind wieder, wenn es okay ist. Das funktioniert aber nicht. Berlin, Friedrichshain. Für André wird es ernst. Bevor der 20-Jährige seine Therapie antritt, muss er 10 Tage zur Entgiftung in ein Entzugshaus. Sein Drogenberater Christian Gürden vom Jugendhilfeverein Caruna begleitet ihn. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er ist gewillt, diese Entscheidung durchzuziehen. Es ist aber auch der schwerste Punkt. Nämlich ab hier ist der Cut. Ab jetzt läuft die Uhr andersrum. Also ganz viele Kontakte dürfen jetzt nicht mehr wahrgenommen werden. Die Tagesabläufe werden anders werden. Es wird sich auf einmal sehr viel noch mehr um die Droge drehen. Allerdings diesmal umgekehrt. Es geht nicht um Konsum, sondern es geht um Abstinenz. Das ist der Anfang. Und das ist für viele das Schwerste eigentlich. Das ist eines der wichtigsten Fotos, die ich bei habe. Das ist meine kleine Süße. Ja, meine Schwester. Hier ist mein Papa nochmal mit meiner großen Schwester. Das sind alles Fotos, die werden bei mir in dem Bett stehen, damit ich was von meiner Familie habe. Der erste Schritt. Die Aufnahme in der zentralen Anmeldung des Berliner Drogentherapiezentrums. Mehr als 1000 Klienten betreut der Verein im Jahr. Nehmen Sie erst mal Platz, bitte. So, bevor es losgeht, habe ich noch mal ein paar Fragen. Ich wüsste gern, wovon Sie aktuell entgiften. Was haben Sie konsumiert? Cannabis. Das war auch das Einzige. Wann haben Sie das zum letzten Mal konsumiert? Gestern. Gestern. Haben Sie schon mal entgiftet jetzt? Nein, noch nicht. Noch nicht, ist das erste Mal jetzt? Ja. Okay. Der Entzug dauert zehn Tage. In diesen zehn Tagen haben Sie Kontaktsperre. Das heißt, Sie können keinen Besuch bekommen. Also keinen privaten Besuch. Keine Angehörigen, Freunde, das geht nicht. Sie können in dieser ganzen Zeit, jetzt während der Entgiftung, in den zehn Tagen, nur zweimal privat telefonieren und einen Brief schreiben. Okay. Es sind nur Kontakte erwünscht zu Personen, die nicht konsumieren, die keine Drohung konsumieren. Ah, alles klar. Ja. Sie können keinerlei technische elektrische Geräte nutzen, kein Handy, MP3-Player, Notebook, Gameboy. Das geht alles nicht. Okay. Sinn der Sache ist, dass Sie wirklich einen Schonraum haben für sich, wo Sie zur Ruhe kommen können, Sie auf den Entzug konzentrieren können. Und sich darauf einstellen können, wie es nach der Entgiftung weitergeht, also Richtung Therapie. Komplette Umstellung, ich weiß nicht irgendwie. Nichts wird erstmal so sein, wie es war die ganze Zeit. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin so aufgeregt. Ich kann nicht wirklich irgendwie jetzt wirklich nachdenken, was so auf mich zukommt. Es ist hier ein sogenannter kalter Entzug. Das heißt, wir geben keine psychoaktiven Medikamente während des Entzuges. Und von daher müssen wir vorher prüfen, ob die Leute hier optimal aufgehoben sind. Das heißt, sie dürfen keine Abhängigkeit haben von Alkohol und von Medikamenten. Rückschlag für Benni. Der 18-Jährige muss zu einem Anhörungstermin vor Gericht. Wegen Marihuana-Besitz und einer Schlägerei wurde er vor einigen Monaten zu 80 Sozialstunden verurteilt, die er nicht ableistete. Nun droht ein vierwöchiger Beugearrest. Benni gibt sich cool. Wenn ich jetzt hier sitzen würde, dann müsste man drei oder vier Jahre reisen und dann wäre das was ganz anderes. Dann würde ich hier auch sitzen und würde mir eins rechstettern. Das geht um vier Wochen. Das ist nicht besonders lange. Und vor allem ist es auch so, dass wenn man lange noch irgendwie unterwegs gewesen ist und auf dem noch irgendwie Scheiße gebaut hat, und gerade so davon gekommen ist oder gerade so irgendwie, selbst wenn man dann kontrolliert worden ist, dass es uns noch geschafft hat, da irgendwie rauszukommen, dann hat man irgendwann dieses, 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 dieses Aufgeregte und Nervöste. Das gibt es nicht mehr. Weil? Ich bin aufgeregt. Wieso bin ich aufgeregt und du nicht? Es ist deins. Ich bin, ich bin gar nicht mehr aufgeregt. Ich bleib auch nicht mehr nervös, wenn die Polizei mich kontrolliert oder so. Gar nicht mehr. Scheiße. Ich hole wieder die Kohlen aus dem Feuer, weil er mir den Arsch nicht hochkriegt. Ich, ich weiß einfach auch nicht, ob das wirklich hilft. Ich weiß es nicht. Und ich merke einfach, dass ich so echt kraftlos bin. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und auch nicht mal wegen diesem Anhörungstermin, sondern wegen dem ganzen Drumherum. Ich merke einfach, dass ich so... Dann frage ich mich, hast du wirklich alles gemacht? Gab es einfach Zeit? Ich muss jetzt anders laufen können. Wenn ich rückwärts drauf gucke, hätte ich mein ganzes Leben anders leben können. Ja, aber es hat, es ist so, wie es ist. Und an der Stelle einfach zu sagen, okay, es ist ein Versuch. Ich habe definitiv die Hoffnung, dass es besser wird, weil ich einfach glaube, dass man mit 18 in der Lage ist, einfach zu lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht. Dass es was gibt wie Bürokratie, dass es einfach Regeln gibt, dass es ein paar Sachen gibt, an die man sich halten muss. Die musste jeder von uns lernen. Und ich glaube, wir alle waren mal jung und haben Regeln übertreten. Also an der Stelle würde ich mir wünschen, dass es wirklich super gut für ihn läuft. Und jetzt bin ich gespannt, was der Richter sagt. Also ich bin erstmal ruhig, dass ich nicht glaube, dass er ihn jetzt einbuchtet, aber dass die Möglichkeit besteht natürlich auch. Und da habe ich weniger Angst ums Einborten als um die Tatsache, dass er ja schon mal im Knast war. Und dass das für ihn ziemlich heftig war, dass es einfach 16, also es war einfach so ein Zeitpunkt, wo man noch nicht vier Wochen in Untersuchungshaft sitzt. 15. Oder 15, ja, wo ich so einfach denke, das ist schon ein einschneidendes Erlebnis. Da geht man nicht raus und ist stressfrei oder aggressionsfrei. Also ich habe da Angst. Ich habe da einfach Angst, dass das so eine Situation wäre, die Benni nicht gut, nicht gut verarbeiten würde oder nicht positiv. Benjamin, bitte. Für die Anhörung veranschlagt der Jugendrichter 15 Minuten. Im Berliner Entzugshaus Countdown steht André unmittelbar vor der Einweisung. Die Einrichtung verfügt über zwölf Plätze. Ziel ist neben der körperlichen Entgiftung auch eine erste psychische Stabilisierung der suchtkranken Jugendlichen. Was ist schon mal hier? Gut, dann eröffne ich das jetzt. In den großen Korb kommt nur Kleidung rein, die für die zehn Tage mit reinnimmt. Und das ist eine Maschmaschine, kannst du waschen, kostet also keine 20 Hosen oder so. Und in den kleinen Korb kommt Wertsachen rein, auch so Kettchen oder sowas, wenn du anhast. Okay. Kosmetikartikel. Alles klar. Und Wertsachen, Geldbeutel, Handy, Schlüssel und sowas. Und alles, was du gerade in den Taschen hast, würde ich dich hier dann schützen lassen. Alles klar. Dann kann ich dir gleich hier rucken. Getränke, komm nicht mit rein. Also kannst du es jetzt hier noch austrinken, aber mit rein kommst du dann nicht. Alles klar. Wertsachen müssen halt abgegeben werden. Also teure Kettchen oder so, damit nicht die Möglichkeit besteht, das da drin in irgendeiner Art und Form zum Tauschhandel oder sowas vielleicht zu benutzen. Und auch einfach, damit es nicht geklaut wird. Ja, Geld brauchen die Klienten drin nicht. Dementsprechend geben sie das halt auch ab. Es wird dann festgehalten, wie viel das ist. Kosmetikartikel, da darf halt nicht alles mit rein. Aftershave oder Perfeuer zum Beispiel enthält halt im Normalfall Alkohol. Wir haben ab und zu auch mal Alkoholabhängige und die würden sowas auch trinken. Feuerzeuge kommen nicht mit rein. An den Balkontüren hängen Feuerzeuge. Einfach aus dem Grund, dass keiner ein Feuerzeug mit aus Zimmern nimmt und sein Kopfkissen anzündet oder was weiß ich. Da gehe ich jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass da Alkohol mit drin ist. Ah, ich glaube auch. Ja. Hier, so eine Sache, Fotos und so. Äh, die Glasrahmen dürfen nicht mit rein. Ne? Also Fotos rausnehmen. Kannst die Fotos ganz rausnehmen. Und die Sachen hier reinschmeißen, was nicht mit reinkommt in die Tasche rein. Ich bin aufgeregt, aber ich bin auch stolz auf mich, da ich so weit jetzt gegangen bin. Ja, auf jeden Fall. Kann nicht jeder sagen, dass er doch so weit noch gegangen ist. Von vielen hört man, ja, ich hab's angefangen, hab angefangen. Aber man hört ja nie, ich hab's fertig gemacht oder so. Ja, und das mache ich diesmal einfach. Ich hab's angefangen und ich hab's fertig gemacht. Zur Aufnahmeprozedur gehört der eindeutige Nachweis, welche Drogen André konsumierte. Jetzt beschrifte ich einen dieser Lubinkontrollenbecher mit der Nummer, die er hat. Er ist der 508. Klient in diesem Jahr. Ne, 509. schon. Ich geh dann mit ihm rüber in das Badezimmer, filze ihn, wenn er gefilzt ist und er sich in der Lage fühlt, eine Urinkontrolle abzugeben. Dann gibt er die ab unter Sicht, also dass er halt nichts beimischen kann oder einen fremden Urin abgeben kann. Das wird dann in dieser Maschine getestet. Und damit werden dann die Werte ermittelt, wie viel THC er jetzt noch im Blut hat oder andere Drogen, die er eventuell genommen hat. Alle zwei Tage werden von allen Klienten Urinkontrollen abgenommen und die Werte getestet. Und da lässt sich dann eben der Abbau ermitteln. Und wenn zwischendrin sich der Wert mal extrem erhöht, dann ist eigentlich klar, dass konsumiert worden ist, was dann zum Rauswuchs führt. Die Anhörung vor dem Jugendrichter endet mit einer Überraschung. Falls Benni seine bevorstehende Therapie erfolgreich absolviert, erlässt der Richter ihm 30 Sozialstunden. Ich dachte nicht, dass er sagt, dass er mir noch was erlässt. Ich hätte ja gedacht, dass er sagt, du machst die 80 Arbeitsstunden dann noch hinten dran oder packst nochmal ein paar drauf, dafür, dass ich es nicht gemacht habe oder sowas. Das hattest du mir jetzt schon eher erwartet, aber das war das Sommer. Hatte ich nicht erwartet, aber ist auch okay. Wenn er diese Therapie abbricht, und dann wird er die vollen 80 Arbeitsstunden ableisten müssen. Und wenn er sie dann nicht ableistet, binnen kürzester Zeit wird Beugearrest verhängt. Skepsis ist eigentlich immer angebracht bei Drogenabhängigen. Die sind sehr schnell mit Zusagen dabei, erklären sich zu allem Möglichen bereit. Das Durchhaltevermögen ist wenig ausgeprägt, so meine Erfahrung. Taschengeldausgabe in der Jugendpsychiatrie der Rheinischen Kliniken in Viersen. 15 Euro stehen den Teenagern pro Woche zur Verfügung. Die meisten geben das Geld für Tabak aus. Rauchen ist auf den Balkon gestattet. Auch Körperpflegemittel müssen die Jugendlichen von dem Budget selbst bezahlen. Es ist ein Übungsfeld. Es steckt immer ein Stück Versuchung damit drin, aber es soll ja auch trainiert werden, wieder Verantwortung zu übernehmen. Dadurch, dass die meisten hier auch so viel Geld zur Verfügung hatten, teilweise auch durch kriminelle Beschaffungen, und dass die sich natürlich auch wieder runterschrauben müssen und versuchen müssen, damit auszukommen. Tim und Tabata hatten zwei Stunden Ausgang. Die 16-Jährigen sollen lernen, auch außerhalb der Suchtgruppe Drogen zu widerstehen. Anfangs war das für mich sehr, sehr schwer, weil ich wusste, ich konnte, wenn ich wollte, jetzt hier zum Bahnhof gehen und mir Drogen kaufen. Und das ist für mich sehr schwer, dieser Versuchung zu widerstehen. Nur ich habe mir so überlegt, was habe ich denn davon. Wenn ich jetzt da hingehe mit Drogen nehme, okay, dann habe ich vielleicht einen Rausch. So, und, ähm, aber was will ich denn hier? Ich möchte hier was erreichen, ich möchte Drogen verleben. Und, ähm, ja, es ist immer wieder ein Kampf so. Vor allem, wenn es mir sehr schlecht geht, so, und ich gehe dann in den Ausgang, dann habe ich mir häufig schon gedacht, so, boah, jetzt aber. Auch Marvin kennt den Suchtdruck beim Ausgang. Erstmals während der Therapie darf er heute seine Familie besuchen. Die Mutter lebt in Bielefeld. Rückfallgefahr besteht halt dann, wenn man mit Freunden oder so unterwegs ist, die auch Drogen nehmen. Ja, aber, ich bin jetzt auch noch nicht so stabil, aber, wenn ich jetzt einen treffen würde, dann würde ich trotzdem wahrscheinlich Nein sagen. Sicher bist du dir nicht? Nein, nicht so ganz. Bevor Marvin die Therapie in Viersen begann, war er in verschiedenen Heimen untergebracht. Die Mutter wusste sich mit dem drogensüchtigen Kind nicht anders zu helfen. Noch immer macht sie sich große Sorgen. Die Gefahr ist bei dir, dass du immer wieder da reinrutscht und so extrem abstürzt, dass du nicht mehr zur Schule gehst, dass dir dann wieder alles scheißegal ist, dass dann wieder irgendwelche krummen Dinger laufen. Verstehst du, es gibt keinen so, so einen bestimmten Level. Entweder gibt es bei dir nur unten oder gar nichts. Dadurch, dass wir viel erlebt haben und dass es immer wieder Rückfälle gibt, ist es einfach so, dass man skeptisch ist. Nicht, dass man Marvin nicht glaubt oder so, aber es ist ein bisschen so ein Stück Vertrauen kaputt gegangen, was man eigentlich nicht will. Aber das ist es. Und man hat immer Angst, wenn er jetzt den ganzen Tag käme und sagen würde, er geht raus. Das Problem ist, dass Marvin natürlich nur Leute kennt, die nicht arbeiten gehen, die Gras rauchen und Drogen nehmen. Und ich will nicht glauben, dass irgendwas passiert, aber Marvin kennt sehr viele Leute. Das ist mein Zimmer. Hier habe ich gewohnt, bis ich zwölf war. Ja, und es ist halt viel umgeräumt worden. Früher standen hier zwei große Schränke und ein kleiner. Ich habe hier drin nur Cannabis konsumiert und da habe ich auch immer irgendwas vor die Tür geschoben oder so. Das Sofa oder irgendwas anderes, dass sie die Tür halt nicht aufkriegt. Ja, und als sie das dann wusste und das ab und zu auch gerochen hat, dann habe ich einfach nur noch Fenster aufgemacht, habe mich hingesetzt und habe halt dann einen Joint auch so geraucht. Marvin bleibt noch Zeit, auch seinen Vater im benachbarten Bad Salzhofflen zu besuchen. Auch bei ihm hat der Junge während der Drogenphase für kurze Zeit gewohnt. Das Schlimmste und Krasseste war eigentlich die Zeit in den fünf oder sechs Wochen, wo er hier bei mir gelebt hat. Und wo er mich belogen, betrogen, auch beklaut hat, wo er nicht zur Schule gegangen ist und ja, wo ich eigentlich dieses ganze Ausmaß zu Gesicht bekommen habe. Für beide Elternteile war es schmerzlich einzusehen, dass ihr Kind drogenabhängig geworden war. Marvin ist meiner Meinung nach immer ein Typ gewesen, der ja so ein bisschen Mitläufer war, der sich auch anstecken lassen hat von anderen Leuten, wenn die gesagt haben, komm hier, mach mal und hier und so. Und da ist er immer, immer, immer sehr schnell auf eingegangen. Ich denke mal, als Vater hat man auch irgendwo Vorbildfunktionen. Und wenn man dann so nur alle 14 Tage an den Wochenenden sieht, natürlich ist das zu wenig. In der Suchtklinik in Viersen steht für Tim heute Beschäftigungstherapie auf dem Programm. Die Heranwachsenden können sowohl in einer Tischlerei als auch in einer Schlosserei arbeiten. Bei der Arbeit kann ich mich ein bisschen auslassen, weil ich auch ein Problem mit meiner Aggression habe. Und da kann ich meine Aggression mal gezielt einsetzen und mich wie früher mal die Leute auf die Fresse hauen oder so, wenn die mir rumgekommen sind. Ich habe willkürlich Leute angepöbelt und ich habe die Leute auch so lange gekugelt, bis sie nicht mehr aufgestanden sind. Und im Moment werde ich aggressiv, wenn mir die Sachen zu viel werden. Therapie, Familie. Und wenn mir Leute dann auch auf den Keks gehen und mich meinen, so verbal angreifen zu müssen, dann werde ich schon aggressiv. Und diese Arbeit kostet Kraft. Und die Kraft lasse ich dann einfach, also lasse ich hier draus, also hier an dem Metall aus und nicht an den Menschen, die mir über den Weg laufe. Tim benötigte für seinen Rausch immer mehr Haschisch. Er begann schließlich selbst zu dealen. Ich habe meinem Kumpel 50 Euro gegeben, der hat mir dann für 50 Euro Gras gegeben und meinte, ja, vertreib das mal und probiere es fürs Doppelte zu verkaufen. Aber das habe ich dann auch gemacht und da habe ich für mich auch Profit rausgeschlagen, sowohl als Stoff als auch Geld. Von dem Geld habe ich dann halt mir noch andere Sachen gut, sei es Klamotten gewesen, Zigaretten, Alkohol. Und dann bin ich in Kreise reingerutscht, die mir auch Angst gemacht haben, weil ich wusste nicht, wer dahinter steht und was mir passieren könnte, wenn ich Fehler mache. Auf seiner letzten Drogenparty gerät der 16-Jährige in ein Delirium. Ich war im freien Fall, bin einfach nur abgestürzt und das für mich war das Schockierende, dass ich dann im Krankenhaus aufgewacht bin, total noch total besoffen war, aufgestanden bin, aus dem Bett umgefallen bin und die mir dann sagten, du hast 2,75 Promille Blut gehabt und noch was mehr und ich wäre draufgegangen. Und das war für mich mein endgültiger Absturz und das hat mir gezeigt, dass ich anderen Weg gehen muss. Dass ich jetzt aus dem Loch rauskriechen muss und wieder nach oben gehen muss. Berlin Hauptbahnhof am frühen Morgen. André hielt die 10-Jährige Entgiftung trotz einiger Tiefs durch. Sein Drogenberater Christian Gürten hat ihn direkt vom Entzugshaus abgeholt. Jetzt geht es zusammen mit der Mutter auf die lange Reise zur Klinik am Boddensee. Wenn ich jetzt eine Therapie in Berlin machen würde, dann hätte ich zu viel Angst, weil meine ganzen Leute, die könnten jederzeit, wenn sie wollten, vorbeikommen und mich halt da sozusagen in meiner Therapie stören. Und so bin ich halt, weiß der Geier, wie viele Kilometer weg und hier kommt so schnell niemand hin. Seit 10 Tagen ist André drogenfrei. Ein Gefühl, das er seit 6 Jahren nicht mehr kennt. Wenn ich heute in den Spiegel gucke, dann sehe ich eine Person, die nicht wirklich weiß, wo sie hingehört. In vielen Punkten war ich auch zu gutmütig. Da habe ich zu viel gegeben und habe aber zu wenig bekommen. Und das soll sich in Zukunft auch ändern, dass ich teilweise ein bisschen mehr an mich denke. Salem am Boddensee. In der anthroposophischen Suchtklinik Siebenzwerge stehen insgesamt 49 Therapieplätze zur Verfügung. Marcel führt André durch das Jugenddorf. Der 24-Jährige ist selbst Patient und wird dem Berliner Neuankömmling als Pate zur Seite stehen. So, dann ist das dein neues Zimmer. Ich war mal so frei, habe vorhin die Heizung schon mal angemacht. Oh, das ist schön. Ja. Ein bisschen leicht dekoriert. Also siehst du, hast komplett Rückzugsmöglichkeiten, einfach wenn du wirklich jetzt mal sagst, okay, möchtest jetzt mal einfach eine Stunde in dein Zimmer. Und das Zimmer oder die Tür? Da kommst du noch mal hinten auf eine Verande raus. Heißt, hier hast du auch noch mal ein Aschmilch, wenn du noch mal rauchen willst. Nebenan, wie gesagt, mein Zimmer. Ich habe mir zum Beispiel oben am Bett ein Tuch vorgehangen. Dadurch ist es schon zweiräumig. Sprich, ich habe oben ein Schlafzimmer. Wenn ich jetzt wirklich mal am Wochenende meine Ruhe haben will, dann gehe ich noch oben lesen. Ansonsten habe ich unten mein Wohnzimmer. Ich bin Polytox gewesen. Sprich, ich habe in der Jugend angefangen mit dem Kiffen und das noch so bagatellisiert. Ja, ich kiffe ja nur und so. Und das ging dann ganz schnell los mit chemischen Drogen, Party-Drogen, Alkohol weniger, aber eben dann später bis zum Koks und Heroin. Und das war wirklich nachher, dass ich Unmengen an Geld einfach brauchte, um meinen Tagesablauf beizubehalten. Wie André stammt auch Marcel ursprünglich aus Berlin. Ich habe irgendwann gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich habe mich so runtergewirtschaftet, ich habe total krass abgenommen. Mir ging es nachher körperlich nicht mehr gut. Und bin im Endeffekt im Knast gelandet. Und habe da schon gemerkt, okay, geht nicht mehr. Kam raus aus dem Knast, bin direkt zur Drogenberatung, bin leider rückfällig geworden. Ja, wo ich mir fest vorgenommen habe, nein, ist nicht, aber du hast Geld in der Tasche und es brennt dir ein Loch in die Tasche. Ja, kenn ich. Und bin zu meiner Drogenberatung und habe gesagt, ich möchte so weit weg von Berlin wie möglich. Und bin dann direkt vom Zivi abgeholt worden und hergefahren worden. Ja, das ist natürlich scheiße, dass du rückfällig geworden bist. Aber das ist es eben. Als ich aus der Forte raus bin, aus der JVA, ich habe mir fest vorgenommen, nein, auf keinen Fall. Und wurde beim Lassen, da habe ich an meinen gearbeitetes Geld gekriegt. Das waren nicht viel, 700 Euro oder so, aber es hat gereicht, um zwei Stunden später schon einen Rückfall zu bauen. Der Kopf tickert dann vor dich hin und wie wir so schön sagen, Kopfkino. Hier haben wir den guten Stall, den wir ausmisten am Wochenende. Alles, was du siehst, ist jetzt Laufhof hier vorne. Sprich, das wird alles am Wochenende einmal komplett abgeschabt, der ganze misst einmal raus. Das ist ein Elektroschieber, der schiebt das nochmal alles nach hinten, aber eben alles, wo die Tiere jetzt stehen, muss alles per Hand einmal sauber gemacht werden. Momentan fällt es mir ein bisschen schwer, mich damit anzufreuen, weil das hatte ich noch nicht. Ich habe Kühe gemolken, hatte ich kein Problem mit so steil sauber machen, naja, aber man gewöhnt sich an alles. Viele, ich eingezogen, haben die letzten Jahre nicht gearbeitet. Und das ist natürlich, man soll erstmal einen geregelten Tagesablauf kriegen und dazu gehört natürlich auch Arbeit, dass man etwas regelmäßig tut, dass man auch etwas anfängt und es beendet, dass man was durchzieht einfach. Die Langzeittherapie dauert zwölf Monate. Noch nie war André so lang und so weit von zu Hause entfernt. Mein Schatz. Schön, dass du mitgekommen bist. Na klar. Das war wichtig für mich. Ich weiß, wo du untergebracht bist. Ich weiß, wie es hier ist. Und jetzt weiß ich, ist richtig, dass du es schaffst. Alle glauben an dich, alle denken an dich. Das schaffst du doch. Fällt mir schwer. Aber mit einem guten. Ich habe die Einrichtung jetzt gesehen, wie die Rufi baut, dass wir die Leute sind oder wie sie entgegengekommen sind. Doch, ich bin zuversichtlich, dass du es schaffst. Das hundert Euro. Aber naja. Ich weiß, dass es schaffst und es gut ist. Nur das schön ist mit dir. Mehr nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie... So von der Gegend hier ist das echt 1A. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf langem durchhalte, wie das hier ist. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Und ich denke schon, dass ich stark genug bin. Das ist mein kleiner Bonsai. Den habe ich von meinem Papa bekommen. Am letzten Tag, bevor ich ins Countdown bin. Ja, das ist halt Baum des Lebens. Und der gibt mir auch noch Kraft zusätzlich dazu. Erinnert ihr dich an deinen Vater? Auf jeden Fall. Er hat selber welche. Auf jeden Fall. Vor allem die Kontaktsperre in den ersten Wochen ist für alle Neuankömmlinge sehr schmerzhaft. Auf der Suchtstation der Jugendpsychiatrie in Viersen haben Tabata und Tim Küchendienste. Gestern kam es zu einem unschönen Vorfall. Tim ließ seine Aggressionen an einen Mitpatienten aus. Er fühlte sich von ihm beim Essen provoziert. Da sagt jemand zu mir in einem Ton, den ich hasse wie die Pest so, Tim Butter. So, und da meinte ich halt zu ihm, ob er das mal ordentlich sagen könnte, so, ja, Tim Butter. Da habe ich mich natürlich aufgeregt. Und Tabata wollte mich beruhigen, so. Und da bin ich natürlich nicht darauf eingestiegen. Bin natürlich ausgerastet, habe rumgefuchtet wie so ein Blöder mit meinen Händen. Ja, und ich war, der Wichser gibt mir sowas von auf den Keks. Und da habe ich die Butter so gegen die Tür geschmissen. Und in dem Moment kam ja derjenige rein, der mich in dem Moment so auf 180 gebracht hat. Und dann wollte ich halt, ja, er wollte auf mich los, ich wollte auf ihn los. Und ich glaube, der Tabata nicht da gewesen, so, der hat den beruhigt, so, wäre hier, glaube ich, Mord und Totler gewesen. Und er hat dann total rum mich vorangemottet, obwohl ich gar nichts getan habe, so. Er hat von mich angeschrien und so, ich kann das gar nicht haben. Der Typ mir gegenüber so, so, ist auch größer wie ich. Und dann die Händen vor mir rumgefuchtelt, so, das kann ich gar nicht haben, so. Und, ja, und er warf dann genau an meinem Gesicht die Butter vorbei, so. Und dann habe ich mich still aufgeregt, so, wegen der Handbewegung, nach zu mir, so. Ja, und dann haben wir total gestritten, weil ich das überhaupt nicht abhaben kann, so. Ich war sauer auf ihn, aber da ich ihn sehr gut kenne und weiß, dass er eigentlich nicht so einer ist. Sondern, dass es einfach zu viel geworden ist im Moment, habe ich ihn verziehen. Ich habe ihn auch voll gerne so. Bei der therapeutischen Leiterin muss der 16-Jährige erklären, was zu seinem Wutausbruch geführt hat. Grüß dich. Setz dich. Was ist dem vorgefallen? Ja, ich bin komplett ausgetickt. Es hat sich Folgendes zugetan. Ich hatte Küchendienst und war eh schon ziemlich genervt. War schon auf 180, schon am Zittern mit den Händen. Und ich war auch schon so kurz davor, so wieder in diesem Blutrausch zu verfallen, dass ich wirklich jeden, der mir dann mal in der Zeit den Quere komplett mache. Das, was du da Blutrausch nennst, wie fühlt sich das an? Woran merkst du das? Bei mir scheitert sich alles aus. Ich sehe da nur noch komplett schwarz. Denke vom Kopf gar nicht mehr her mit, wer mir da jetzt über den Weg laufen könnte. Und was ich mit dem machen könnte. Mir persönlich macht es selber Angst. Ich habe wirklich Angst vor mir selber. Das Gewaltproblem begegnet uns häufig. Die meisten haben auch ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Und wenn dann ein anderer mit so einem Spruch kommt, hier, ich hau dich nieder, das können die dann nicht stehen lassen, dann müssen sie unbedingt in die Siegerposition kommen. Wir müssen Tim jetzt helfen, ihm zeigen, wo die Grenzen sind. Ihn aber auf der Suche, woher kommt das, unterstützen. Besuchszeit für Tabata. Die Mutter möchte ihre Tochter noch einmal ermutigen, die Therapie bis zum Ende durchzuhalten. Die 16-Jährige steht kurz vor dem Ziel. Schon in drei Wochen soll sie entlassen werden. Ich stand dem relativ skeptisch gegenüber mit deiner Therapie. Du hattest zwei Möglichkeiten. Entweder bei dir wird es ein voller Erfolg oder aber es bewirkt genau das Gegenteil. Aus meiner Sicht ist es so, dass der Abstand von zu Hause und deinen Freunden und von mir, von deinen Verwandten, generell von allen Leuten, dir super gut getan hat. Ich bin da sowieso so ein Mensch, lebst in den Extremen, so schwarz-weiß ungefähr, so nichts dazwischen. Und man müsste halt dann einen Mittelweg finden und den habe ich irgendwo gefunden. Also ein bisschen zumindest, finde ich. Ich habe eigentlich so ziemlich jede Phase durch, wie man damit umgehen kann. Von Verboten über Akzeptanz bis hin zur Resignation. Man ist letztendlich hilflos. Es waren sehr, sehr emotionale Jahre, wo ich in ein Loch gefallen bin, wo ich wirklich gedacht habe, hallo, ist das alles deine Schuld? Und dann kam eine gewisse Portion Selbstmitleid dazu. Warum ich? Warum nicht alle anderen? Warum dein Kind, deine Tochter? Bis ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, damit hilfst du ja am wenigsten, wenn du dich jetzt noch selber bemitleidest. Weil ich bin die Erwachsene und sie ist das Kind letztendlich. Und wenn ich ja nicht weiß, wie gehst du damit um und wie kannst du ihr helfen, wie soll sie es dann selber für sich können. Nach der Entlassung möchte das Mädchen wieder zur Mutter ziehen. Ich habe Schulgefühle, denke ich an meine Mutter, weil ich sie auch natürlich sehr verletzt habe und sie sich oft Sorgen gemacht hat und Nächte nicht wusste, wo ich war. Und ja, also ich denke, ich habe sie sehr verletzt und es tut mir ziemlich leid. Und ich versuche einfach, meine Mutter stolz zu machen, so weit, wie es in meiner Hand liegt. Der Michaelshof in Kirchheim-Bolanden ist auf suchtkranke Männer zwischen 18 und 32 Jahre spezialisiert. Bennys Arzt hat ihn in diese Fachklinik überwiesen. Gestern kam es in der Familie noch zu einem Streit. Die Mutter befürchtet, dass ihr Sohn die Therapie nicht antritt. Ich habe mich nicht verabschiedet. Sie ist gekommen und hat mich abgeholt und hat mir im Auto erst gesagt, dass ich heute Abend nicht mehr heimkomme. Im Grunde habe ich mich gar nicht verabschiedet. Auch von meinen Freunden konnte ich mich nicht verabschieden. Leider war das so. Fühlt dich so ein bisschen rausgerissen jetzt, ne? Das war immer so. Das war bei meinem Vater so. Das war in grundsätzlich jeder Schule so, in der ich gewesen bin. Außer im Gymnasium, wo ich dann zu meinem Vater gezogen bin. Da habe ich dann einmal eine Abschlussfeier noch machen dürfen vorher. Aber ansonsten war es immer so, dass es so aus dem Bereich rausgerissen wurde und irgendwo anders hingesteckt wird. Und nicht viel dazu sagen durfte oder konnte. Wenn er jetzt sagt, er hat sich nicht verabschiedet. Wie hätte ich das denn machen sollen? Du sagst zu mir, ich kann nicht morgens abholen oder mittags abholen. Dann können wir nach Darmstadt fahren und noch die östlichen Sachen einbauen. Nein, ich habe nicht gesagt, wir gehen nicht nach Darmstadt. Und ich hole dich dann morgen früh um sieben ab. Nein, das habe ich nicht gesagt. So habe ich es aber verstanden. Nein, Benjamin, das habe ich nicht gesagt. Das ist ja wirklich auch eskaliert gestern Mittag. Er ist ja wieder aufgehauen und hat gesagt, er geht. Und dann habe ich gesagt, ich hole dich morgen früh nicht in Heppenheim ab. Dann seht's, wo du hinkommst. Ich fahre dich nicht. Du hast es gelten und fährst du nicht morgen früh. Egal, ob ich abends wiederkomme oder nicht. Lässt du mich bitte auch mal ausreden, danke. Und ich denke, es ist ein Stück Scheingefecht. Ich habe mich auch gestern echt runterfahren müssen, weil ich gemerkt habe, ich... Also er stieg schon rein mit. Er hat eine große Party organisiert und einen großen Abschied und einen Haufen Geld investiert. Und da steht eine Musikanlage und er muss in den Knast, wenn er die nicht zurück... Nein, ich muss bezahlen, wenn du sie nicht zurückbringen und ich kann sie nicht bezahlen. Das habe ich dir gesagt. Ja, also jedenfalls habe ich irgendwie gedacht, okay... Aber du hast gesagt, ganz egal, ob ich zurückkomme heute Abend oder nicht, wenn ich jetzt fahre, fährst du mich nicht. Wenn du das schon sagst, dann bleib mir nicht. Nee, wenn ja, wenn du schon sagst. Das ist echt dumm, Frau. Ja, also es tut mir jetzt leid. Das ist echt ganz ernsthaft. Also immer sind wir es gewesen, die dazu... Mein Satz war, du fliegst raus und davor hast du gesagt, wenn du rausfliegst, geh ich dahin heim. Ich habe dir gesagt, wenn du meinst, ich fliege raus, gehe ich auf die Straße, nicht dahin heim. So. Dein Satz war, ja, wir planen deinen raus zu klopfen. Ernst, da bleib ich noch da hocken und warte, bis du mich in den Hallen fahrt. Benni, wir haben gestern schon mal drüber gesprochen. Dem ging ein langes Theater voraus, in dem du ununterbrochen sämtliche Regeln überschritten hast, dich an nichts gehalten hast, keine Vereinbarung eingehalten hast, weder abends nach Hause gekommen bist, noch morgens in die Schule gegangen bist, du bist besoffen nach Hause gekommen, du hast ein Riesenterz veranstaltet. Als ich meinen Computer verkauft habe, oder was heißt verkauft habe, ich hatte mir ein Schlesergeschenk. Möchtest du jetzt alle Geschichten? Ja, nein, aber ich finde, wenn du anfängst mit irgendwelchen Sätzen von wegen das und das und alles, was sie sagen, wäre im Grunde nicht so und eigentlich ist es ja ganz anders, dann frage ich mich, was will ich eigentlich hier? Weil ich habe gesagt, ich will die Therapie, aber laut dem, was du sagst, wäre das ja im Gegenteil. Wenn ich da nicht will die Therapie, dann heißt das ja, ich würde sie gar nicht wollen, oder? Die Konflikte, die jetzt sichtbar sind, das sind ja eigentlich ganz natürliche Autonomiekonflikte, die es überall gibt, die nicht immer so offen und so heftig ausgetragen werden, aber die wir alle erinnern, wenn wir so an die Phase denken, als wir unsere Ursprungsfamilie verlassen haben. Wichtig für uns ist herauszufinden, welche Rolle haben die Suchtmittel denn in der zerfahrenen Situation gespielt. Das ist meine Mutter, das wird sie auch bleiben. Das wird sie auch lieb haben weiterhin, aber es will nicht, dass sie sich weiterhin in irgendwas einhängt. Die Chance, da einzumischen, die hat sie sich verbaut. Ich bin da sehr realistisch. Das ist für mich nicht die Eintrittskarte fürs Paradies, was hier läuft. Ich glaube, es ist eine Möglichkeit und wenn er sie nutzt, wunderbar, weil es letztendlich seinem Leben dient. In meinem Leben verändert es nichts mehr. Also in meinem Leben bleibt Benni der, der er ist, egal wie viele Schritte er vor oder zurück machen wird. Ich kann es einfach, ich kann es nicht steuern und ich kann es auch nicht kontrollieren. Ich kann es nur loslassen und ihm von Herzen wünschen, dass es funktioniert. In der Therapieeinrichtung Sieben Zwerge in Salem am Bodensee beginnt Andres erster Tag um 8 Uhr früh. Geschlafen hat er kaum. Sein Pate Marcel führt ihn zum Aufnahmegespräch mit dem leitenden Arzt. Der Therapeut muss wissen, welche Drogen André konsumierte und wie das familiäre Umfeld aussieht. Wie lange hat deine Mutter dich im Griff gehabt? Ab welchem Alter warst du der Chef zu Hause? Das ist kein Vorwurf, André. So 14, 15, 13, 13, 14. Das heißt, dann warst du der Chef zu Hause? Ich habe es versucht. Ist das gut? Nein. Nein, das siehst du jetzt auch ein, oder? Oder wenn man mit 14 schon alles reich, keine Grenzen hat? Richtig. Kann das schief gehen? Natürlich. Das heißt, standst du auch eigentlich relativ alleine da? Ja, also meine Eltern waren halt immer noch für mich da. Natürlich. Aber so im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen, nach 13, 14. Das klingt nach einem jungen Mann, der es eigentlich nicht gut geht, oder? Nicht zufrieden ist. Ja, früher habe ich immer so durchs Kiffen, oder auch wenn ich keine Zigaretten hatte, bin ich immer so ein bisschen wütend geworden und habe immer in meinem Zimmer gegen die Wand geboxt. Auch immer ausgerastet? Ja, aber ich habe nie jemandem wehgetan außer mich selber. Wieso? Was hast du denn gemacht? Na ja, immer nur gegen die Wand geboxt oder auch mal so geritzt. Das heißt, wenn du einen großen Stress hast, dann hast du das versucht auszugleichen, durch gegen die Wand zu hauen oder zu ritzen? Bevor ich irgendjemandem anderem wehtue oder so, tue ich lieber mir selber. Was machst du mit deinem Wut? Ich fresse die mich hinein und versuche die einfach drinnen zu lassen und nicht mehr daran zu denken. Und was passiert, wenn du das weiter so machst? Dann platze ich irgendwann. Du platzt oder musst aus Beziehungen raus, oder? Und schlussendlich stehst du immer alleine. Ja. Zwischen 9 und 12 Jahren sind die Kinder an sich am einsamsten überhaupt. Und wenn da dann nicht noch ein Person ist, Mutter, Vater, Lehrerin oder andere, die da ist, hauen die Kinder innerlich ab unter den großen Teil. Die Kinder natürlich einzeln geht in die Gewaltproblematik oder Drogenproblematik. Gibt es auch Sucht in die Familie? Nicht mehr. Es gab Sucht. Meine drei Onkel sind alle gestorben. Ja. Durch Heroin. Das heißt, drei Onkels, Vaterseits oder Mutterseits? Ja, Vaterseits. Drei Onkels, Vaterseits sind gestorben an Heroin-Überdosen. Ja. Die Kiefer sind nicht leichter zu behandeln als Heroinsüchtige. Heutzutage ist das Haschisch-THC-Gehalt bis fünfmal so größer als früher. Und vor allem viel Haschisch verhindert ein Stück Entwicklung. Man wird teilweise eingefroren. Knapp die Hälfte der Patienten absolviert die Therapie bei den Siebenzwerken mit Erfolg. Für sie gibt es im Anschluss die Möglichkeit einer betreuten Nachsorge. Zweifel oder Angst habe ich eigentlich jetzt momentan gar nicht so. Das wundert mich eigentlich ziemlich. Gestern war das Schlimme. Ja, aber heute fühle ich mich auch schon besser. Und habe auch das Gefühl, dass ich das auf jeden Fall durchhalten werde. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Vilsen am frühen Morgen. Abschied für Tabata. Trotz vieler Zweifel und zahlreicher Rückschläge hat sich die 16-Jährige durchgebissen. Es ist ein erster Schritt in ein hoffentlich drogenfreies Leben. Ich gehe einmal mit einem beinenden und einmal mit einem lachenden Auge. Ich bin natürlich sehr aufgeregt und habe Angst, wie es draußen wird. Aber ich freue mich natürlich auch hier nach so einer langen Zeit, nach sechs und ein halb Monaten so, hier raus zu sein. Und endlich mal wieder so gesund frei zu sein. Tabata möchte den Realschulabschluss nachholen. Später als Sozialpädagogin arbeiten. Meine Therapie war sehr hart. Es gab viele Auf und Abs, sodass ich einen Tag lang gesaß und geheult habe. Und gar nicht mehr wusste, was ich tun soll. Dann gab es wieder einen Tag, an denen ich freudig dran rumgelaufen bin. Aber ich bin dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und auch wenn es mit viel Schmerz verbunden war, aber im Endeffekt hat es mir eigentlich nur Gutes getan. Für Mutter und Tochter ist es ein Neuanfang. Auch zu Hause wird Tabata weiterhin eine ambulante Therapie aufsuchen. Hast du jetzt alles? Nein, ich habe da noch was stehen. Du hast noch was? Ja. Ich bin aufgeregt, nervös und sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird. Auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite auch ein bisschen Angst. Und man muss sich ein bisschen an die neue Situation dann gewöhnen. Es war schon eine lange Zeit, es war ein halbes Jahr. Dann müssen wir uns erstmal wieder neu zusammenraufen. Sucht ist was, dass man nicht von heute auf morgen Klick macht und das ist weg. Und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Die Gefühle werden in ihr wieder hochkommen. Das ist ganz klar in manchen Situationen. Ich hoffe, dass sie dann einfach das Vertrauen hat und mit mir drüber redet. Und dann findet man mit Sicherheit auch eine Lösung irgendwo. Ja, Tabata. Ja, grüß Gott. Der Tag des Abschieds ist gekommen. Wie immer, wenn jemand so wie du erfolgreich die Therapie beendet hat, bekommt er von uns eine Urkunde überreicht. Mit den besten Wünschen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Ich hoffe, dein weiterer Weg wird genauso gut verlaufen. Und ich wünsche dir alles Gute. Auch Dankeschön. Danke für alles, Frau Lüsten. Gern geschehen. Vielleicht ist es auf keinen Fall, auch für uns nicht, da wir die Jugendlichen ja in der Regel ein halbes Jahr begleitet haben. Und es entwickelt sich selbstverständlich eine Beziehung. Aber dann zu sehen, dass die Arbeit erfolgreich war, dass die Jugendlichen Erfolg hatten und wieder gelernt haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen und eine andere Richtung einzuschlagen, das tut schon gut und das freut einen dann auch. Danke.